Die Bach-Fereienfilets im Speckmantel mit Gemüse sind auch für den verwirrten Gaumen ein besonderes Erlebnis. Da haben wir schöne Bach-Fereienfilets. Die werden wir jetzt von beiden Seiten schön würzen. Schön gleichmäßig von beiden Seiten. So, dann nehmen wir noch ein Pesto aus getrunkenen Tomaten und streichen die Filets schön damit ein. Dann nehmen wir ein Basilikumblatt, dann legen wir es auf die Fleischseite. Dann nehmen wir das Gemüse, legen wir es schön darauf. Und rollen das Filet zum Schwanzende hin ein. Dann nehmen wir noch den Speck, setzen das Forellenfilet drauf und rollen es in den Speck ein. Die Forellenfilets brauchen wir nicht extra mit Öl einpinseln, da sie eh mit Speck umwickelt sind. Die Garzeit für Forellenfilets am Grill beträgt ca. 10 Minuten. Wobei wir sie alle 2 Minuten um eine Viertelumdrehung weiter drehen. Auf Wiedersehen. Das war Untertitelung des ZDF, 2020